Wie hau meine lieben reichs verkäufer und damit ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge brawl stars heute oh mein gott ich habe zufällig gesehen beziehungsweise habe voll vergessen und zwar gibt es einen neuen skin und zwar den burger loo heute werden wir den skin auf jeden fall uns gönnen und testen wird auf jeden fall mega mega nice leute wird ja wie gesagt lasst gerne jetzt schon mal einen fetten daumen nach oben leute falls ihr diesen kanal noch nicht abonniert habt und keine videos verpassen wollt abonniert sehr gerne diesen kanal und aktiviert die glocke und natürlich leute wenn ihr mich supporten wollt beziehungsweise würde mich sehr freuen wenn ihr creator code puki einträgt kuss kuss an euch und dann würde ich sagen wir reden nicht lange und gönnen uns den skin und dann werden wir paar runden spielen mit dem Sehr sehr nice So leute let's go endlich ein game gefunden es sind gerade gar keine online muss ich ehrlich gestehen deswegen habe ich mir überlegt Ich spiele mal eine runde power league leute ich habe sehr sehr lange kein power league mehr gespielt Der power league war ja auch der grund warum ich meinen code verloren habe für die leute die das video noch nicht angeguckt haben Ja guckt euch euch das gerne nochmal an Ja mies gelaufen aber mal gucken jetzt bin ich der höchste pick Parallele place auf jeden fall in ordnung dass ich los spiele auf der map Ich bin auch mega mega gespannt auf dem skin ich habe ihn ja mal getestet auf dem entwickler account leute darüber habe ich auch ein video gemacht Und jetzt mal auf dem live server zu spielen wird auf jeden fall mega geil Und wenn ihr video wünsche habt schreibt es auch jetzt gerne mal in den kommentaren dann ja kann ich das euch erfüllen Ja doch wenn er raspen wäre gut aus Ich bin so gespannt auf dem skin leon ok leon ist Weil er hat einen gegen inhalt des wirkungsbreich von do soo das habe ich noch gern Ich muss noch ein paar kisten öffnen So 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 leute let's go erstes game power league seit monaten bin ich mal gespannt Ich weiß gar nicht wie hoch ich bin ich glaube mystisch 3 in der nähe von legendary Junge dieser skin sieht so nice aus Die schießen auf mich Hallo Lu ist gar nicht bad auf der map warum schießen die auf mich Guck mal Leute das ist das was ich meine Ich bin noch nicht mal schuld also keine ahnung meine mates Hier links zum beispiel ist gerade im 1v1 gestorben der ist nicht mal mein fehler Oh mein gott Oh mein gott dieser skin sieht so nice aus leute dieser skin sieht so nice aus Ah ich kann nicht viel machen Jesse Tyrod ist da oben jetzt auch ne Okay Leon ist tot das ist gut Ich muss das Tyrod Nice Tyrod ist weg Junge es sieht so nice aus leute dieser skin sieht halt mega nice aus Seiner drin Ah ich muss runter denen helfen Oh so close Wait Oh mein gott Aber das ist nicht mein fehler Leute wenn wir das verlieren Ich habe schon eigentlich gar nicht so bad gespielt Links ist am anfang gestorben im 1v1 deswegen haben wir control verloren und ich bin halt dann von Leon getötet worden Ich habe ihn Gucken wir die das deppen können Dann Oh, ein Prozent. Come on. Das wird so close, das Game. Tatsächlich war mein Tod, also als Leon mich getötet hat, unsichtbar. Ein Fehler von mir und am Anfang ist meine Jean gestorben im 1v1, ne? Das war auch nicht sehr smart. Aber okay, sehr, sehr close verloren. Sehr, sehr close verloren. Oh mein Gott. Let's go. Pull. Komm, guck mal, Jean kann hochrennen und Leon abschießen, ne? Lol, der war gefreezed an der Ecke. Ich weiß nicht, Jean ist, glaube ich, ein bisschen tilted, weil ich Lou spiele. Also habe ich so das Gefühl. Lou ist nicht der beste Pick, aber Lou ist aber auch nicht der schlechteste Pick, ne? Lou ist ziemlich okay auf der Map sogar. Aber... Nice. Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, Leute, ob ich bad bin, oder... Aber ich finde, Lou ist ziemlich in Ordnung auf der Map. Oh mein Gott. Oh, gut. Zum Glück habe ich meine Ulti nicht gewastet. Links verliert aber seine Seite hart. Was? Okay. 15%. Das ist machbar. Nice. Oh. Easy. Oh, Baby. Let's go. Sehr, sehr nice. Okay. So sehe ich mich trennen. Leute, wie gesagt, lasst unbedingt ein Like auf dem Stream. Err, auf dem Stream. Auf dem Video fürs YouTube-Algorithmus. Würde mich freuen. Riss die Pommes. Ja, Leute. Dann schießen die auf mich, weil ich Lou gepickt habe, ne? Obwohl ich eigentlich die Carry. Brech. Brech einfach nur. Brech. Oh mein Gott, ich muss aufpassen. Oh, let's go. Ich habe euch gesagt, Lou ist nicht schlecht hier. Ich habe es euch gesagt. Und die schießen auf mich. Weil sie denken, ich troll mit Lou. Oh, nein. Nein. So close. Oh, so close. Links verliert. Aber wir müssen nur rechts gewinnen, ne? Wir müssen nur rechts gewinnen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, mein Old kam leider nicht raus. 2%, nur 2%, Jungs. Come on, come on. Oh, 1, 2%, 2%, oh mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, let's go, Leute. Wir haben das Game noch gewonnen. Junge, Junge. Und die sind tilted, weil ich... Ja, okay. Das war nicht. Ja, okay. Das war kein Jungs. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Ihr wisst Bescheid, Crater Code Pookie. Lasst ein Like da. Kuss geht raus an euch. Danke für den Support. Macht's gut und haut rein.